Willkommen zu einer neuen Folge von WEW Quests. Heute möchte ich euch mal die tägliche Hustier-Quest in der Garnition vorstellen. Hauerei. Nehmen wir jetzt mal an. Dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ich probiere jetzt erstmal mit dem Mini-Carn-Karrens. Oh. Okay. Das ist schon mal nicht gebraucht. Das stimmt, das ist auch gut besser. Uh, wow, wow. Lass mal jetzt mal den Puntaren hören können. Na, der bringt es auch nicht wirklich. Na, ich glaube kommt, dass ich das noch schaffe. Wenn dann ganz knapp. Ja. Ah. Toll. Ah. Okay. Kleine Chance haben wir noch. Ah nein. Ah. Oh. Toll. Ich habe es doch noch geschafft. Wahnsinn. Das sehe ich jetzt auch nicht. Nee. Ich habe es noch nicht geschafft. Halt. Dann tun wir die erstmal wiederbeleben. Dann müssen wir mal eine neue Auswahl treffen. Wenn wir mal Ziege gegen Alt. Und ich kriege den Mini-Carn-Karrens. Dann brauche ich die Möwe. Dann brauche ich die Möwe. Ich brauche mal die Devil setzen. Besetzen. Oh. Okay. Das geht also ohne. mach. Und so weiter publiciert. Mal. Ich binESE Typ. Und während Sie das nächste Mal längst. berýchsen möchte immer mehr plans besteilen. Das wird auch sehr knapp. Das wird wieder übel knapp. Ja toll, ich habe es geschafft. Wie ihr seht, man muss einfach nur die Kombination der Tiere ändern. Weil jedes Tier hat ja andere Fähigkeiten. Jetzt geben wir die Quest ab. Einfach auf Weiter drücken. Dann bekommen wir 8 Haustier Glücksbringer. Dafür können wir uns wieder ein Haustier oder andere Sachen vom Haustierbedarf kaufen. Können wir gerade mal hier gucken, was es hier gibt. Da gibt es ein geheimnisvoller Beutel. Es enthält mindestens einen Kampfübungsstein. Jede Menge verschiedene Dinge. Und ihr könnt, ich glaube hier könnt ihr auch noch die Magen einlösen. Ja, ihr könnt dann auch Haustiere dafür kaufen. Das sind 1, 2, 3, 4 Haustiere. Und noch etwas Bedarf für die Haustiere. Hier ein Spielzeug, ein Spielzeug, ein Spielzeug. Okay, war ein bisschen knapp heute. Aber ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.